Hallo und ein recht herzliches Willkommen, dass du mit dabei bist bei Let's Play Risen und diesmal nicht live, denn ich möchte keinen Stream mehr machen, wenn da noch Folgen kommen. Also wenn noch nicht von der letzten Aufnahme alle Folgen draußen sind, weil wenn du jetzt nämlich das live siehst, dann bist du ja gespoilert und brauchst dir die letzten fehlenden, als Beispiel zwei, drei Folgen ja nicht mehr ansehen und deswegen werde ich das jetzt nur noch so handhaben, dass ich, wenn ich meinen Livestream mache, das ist ja sowieso nur spontan bei mir. Ähm, dann sollte es so sein, dass es dann auch anknüpft, also dass du auch die Chance hattest, schon die letzte Folge der letzten Aufnahme zu sehen von dem Spiel denn, ne? Verstehst du? Gut, oder ich mache mal einen Livestream von einem Spiel, was jetzt zum Beispiel noch gar nicht auf YouTube rausgekommen ist, sondern sowas ganz neu, dass ich vielleicht irgendwie welche Spiele mir mal aussuche, die wirklich nur live kommen, ja? Ähm, dann muss ich mal schauen. Wenn ihr das wollt, dann schreibt mir das noch in die Kommentare, wenn ihr auch sowas wollt, dass ich eventuell mal live irgendwelche Demos vorstelle oder sowas in der Art, ja? So, ähm, Minze, die wollte ich gerne nehmen. Geht das nicht? Achso, ich bin jetzt wieder bei mein, äh, bei Fallout drauf eingestellt, das mit, mit der Einstellung. So, wir haben ja in der letzten Aufnahme, also ich, äh, apropos Aufnahme, die Aufnahme geht jetzt ungefähr so zwei Stunden, hab ich so vor. Ähm, ich hab ja, ähm, wie schon bei Fallout, ähm, bei Dick, wie bei Fallout erwähnt, bei Dick's Reel einen Update gemacht, dann sollte es auch hier flüssiger laufen, obwohl dieses Spiel ja nicht so aufwendig ist wie Risen, ähm, oder Minecraft, ähm, dann, also, dann, ähm, was wollte ich sagen? Jedenfalls in der letzten Aufnahme haben wir ja nach diesem Feuer, Feuerkristall gesucht, denn wie ihr hier seht, haben wir noch keine Kristallmagie und ich glaube, man kann erst hier die Kristallmagie lernen, erlernen, wenn wir, soweit wir den Feuerkristall gefunden haben, dann können wir vielleicht dann auch irgendwann mal hier die Runenmagie machen, sodass wir auch so Siegel, oder so ein Siegel müssen wir auf alle Fälle mal finden. Das ist dann, ähm, ihr wisst ja, bei dieser Bibliothek, ähm, dort unten, wenn man da in die Katakomben geht, da ist doch so ein, ja, nicht Katakomben, aber ihr wisst, was ich meine, in den Keller geht sozusagen, da ist ja auch noch ein Siegel, da kommen wir nicht durch. Und dann gibt es auch irgendwo eine, äh, Rune, oder, ähm, so ein Tempel, wo wir auch nicht reinkommen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was hier als nächstes, die nächstliegende Ruine ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, dann müssen wir wohl doch nochmal hier langen. Da, stimmt, da habe ich letztes Mal auch gar nicht, oder war das überhaupt da? Ne, hier war das, glaube ich, ne? Da kommt das mit den Wölfen richtig, und da bin ich umgedreht. Ähm, da muss ich ja, muss ich auf alle Fälle wohl wieder hin. Mist, gehen wir da mal hin. Äh, ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf, ihr wisst, ne? Da sind viele schwarze Wölfe, und die sind nicht sehr nett. Die wollen unbedingt mich auffressen. So, ich hoffe hier, das muss dieser Weg sein. Ja, es wird jetzt ein etwas längerer Fußmarsch. Äh, ich hoffe. Ja, falls es in diesem Spiel auch irgendwelche versteckten Gänge gibt, die so Abkürzungen sind, die kenne ich denn leider nicht. Aber ich glaube, sowas gibt es hier nicht großartig, ne? Die Heilpflanze will ich gerne mitnehmen. Ich drücke immer E zum Mitnehmen. Warum mache ich denn das? Wo geht es überhaupt da hin? Ah, da hätte ich ja auch lang gehen können, ne? Aber es bringt mir auch nichts, ne? Wenn ich da unten jetzt lang gegangen wäre, da ist ja eigentlich nichts. Wie ihr seht, da ist ja nichts. Oder ich kann nochmal ins Tal gucken hier, da habe ich noch nicht geschaut. Gut, da ist ja nichts. Ja, man weiß es nicht. Nachher ist dieser Kristall da runtergefallen. Kann das sein? Hätte ich da eventuell auch runtergehen können? Wäre das gut? Da ist nichts, ne? Oder ich würde aber trotzdem gerne mal da hin. Kann ich da überhaupt hin? Warte mal, ich bin... Da müsste ich hin und da müsste es ja da hinten irgendwo runtergehen. Oder geht es auch hier irgendwo runter? Auf der Seite, wo ich so bin. Hier werde ich wahrscheinlich sterben, wenn ich da runtergehe. Hier war auch meine Brücke wohl. Ne, keine Brücke. Und das ist doch nur so ein Ausguck, ist das. Da ist aber auch nicht schlecht. Da können wir mal gucken. Ich könnte da lang. Da waren wir auch, glaube ich, schon mal. Nur ich bin da noch nicht nach links gegangen, ne? Das könnten wir mal versuchen. Eigentlich müssen wir ja zu dieser Ruine noch, ne? Aber wenn wir schon mal hier sind, dachte ich... Uah! Okay. Was ist das hier Ostküste? Ja, jedenfalls kommt da dieses ganze Sumpfgebiet. Da haben wir ja schon die Bekanntschaft gemacht. Aber ich will mal hier gucken... ...was man hier noch so findet. Auf der Seite. Sie sind ja stärker geworden in der letzten Aufnahme-Session und deswegen sind diese Falte anscheinend nicht mehr so das Problem. Aber ich bin mal echt gespannt, was hier denn noch so kommt. Vielleicht kann es ja sein, dass... Weil eigentlich hat der Typ ja gesagt, dass dieser Feuerkristall in der Ruine, die am nächsten der Vulkan-Festung ist, oder die in der Nähe der Vulkan-Festung ist. Und die andere ist ja... Oh! Der andere wäre ja sehr weit weg. Oh, da ist ja noch ein Wolf. Ist das ein böser, schwarzer Wolf? Oder ist das eine Truhe, jedenfalls? Dieser böser, schwarzer... Oh, oh! Oh, böser, schwarzer Wolf. Na? Bin hier in der Sackgasse. Ja, Mann, ich krieg sogar schwarze Wölferle. Das ist schon mal gut zu wissen, wenn wir nämlich da denn zu dieser anderen Ruine mal laufen sollten. So, das bin ich... Das speichere ich aber nochmal. Hei Kraut... Hei Wurzel... Ja, heute scheint die Sonne, aber die kam heute bei mir hier sehr spät erst raus. Also ich meine jetzt nicht in-game. Bitte lass da das drin sein. Oh, was haben wir denn hier? Goldmünzen, einen Trang, verliebten, die ist auch gut. Eine Hornmuschel und eine Perle. Na ja, gut. Ja, habt ihr heute schönes Wetter. Na gut, wenn du das jetzt siehst, ist sowieso wie eh einen anderen Tag. Aber vielleicht hast du auch heute, wenn du das siehst, ein schönes Wetter. So, hier können wir Erz rausholen. Oh, man, da müsste ich mal auffüllen. Guck mal da aus, Leute. Guck mal da aus, Leute. Dahinter. Kann ja sein, oder? Manchmal. Aber hier nicht. In diesem Spiel natürlich nicht. Man kann hier hingehen. Man kann hier sich gerade eine Dusche abholen. Aber man kann hier nichts finden. Ah, das macht anscheinend nicht jeder. Oder damals vielleicht war das noch nicht so üblich, dass man Spieler belohnt, wenn sie auch mal vom Weg abgehen und in so eine Nische reingehen, um eventuell irgendwie was zu bekommen. Oder dass die was finden. Aber da wird man anscheinend nicht belohnt. Für solches. Naja. Was soll's? Wir haben jedenfalls eine Truhe gefunden. Das ist doch auch viel wert, oder? Man soll nicht zu gierig werden, ne? Das ist gar nicht gut. Gier ist der Feind des Menschen. Ne? Die Gier. Hey! Und? Oh, was? Das ist nicht nett. Zwei Wölfe. Ah, das sind harmlose, äh, nicht harmlose Wölfe, aber keine so brutalen, hoffe ich. Ah ja, doch. Die sind leicht... Oh, drei sind doch egal. Drei? Bei drei Schlägen sind die wenigstens auch tot. Ja! Du schwarzer Wolf brauch er schon länger. So. Ah, speichere ich nochmal. Besser, sicher, sicher, ne? Oh nein. Ahem. Ahem. Der hat auch noch auch ein Wolf. Ahem. 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 oh noch eine trugel ist hier noch irgendwas dass hier noch irgendwas ist man sieht das ja hier nicht so gut ist es nicht so hell ich hoffe ihr könnt alles gut sehen ich habe da ja immer noch mal beim bevor ich das also beim render programm da habe ich ja so verschiedene filter und so ich hoffe euch gefällt das soweit ich versuche das schon dass ihr das möglichst auch sehen können könnt so naja so doll ist es ja nicht mehr und noch mehr falter ich glaube da oben da war ich schon mal glaube ja gut töten wir die noch mal klingt ja erfahrung so aber heiltränke werden mal wieder gut aber ich könnte doch ich habe ja doch genau was sechs stück sogar da hatte ich vorher so einen großen gehabt da habe ich so einen großen genommen das war eigentlich nicht so gut ja nehmen wir das mal so da geht es ja ein sumf aber hier um die nummer wölfe sind das denn jetzt normale wölfe zu dritt ist das fies das läuft gerade nicht so gut weil die kommt von allen seiten oder drei kommen na man schluck trinken 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 lieber noch einen schluck ja ich will nur mal gucken wo es hier hingeht ob ich gar nicht schon mal gewesen ist bin weil ich bin jetzt hier von der anderen seite ja hier kommt dann die ruine verstehe naja hätte ja sein können dass hier noch irgendwas ist und wir da den feuerkristall finden haben wir wenigstens sind wir wenigstens noch mal auf die nummer sicher gegangen haben das dann noch mal überprüft nicht dass wir doch noch mal irgendwas wichtiges hier übersehen ok da kommen auch noch mal wölfe wo geht es da denn hin wo geht es da denn hin warte mal auf der karte schauen da geht es eigentlich auch nur nach oben ne eine turbokanfestung ich könnte trotzdem mal gucken vielleicht das hier noch irgendwas ist da sind wir jedenfalls gewesen oder warte mal doch was ist das doch da ne ja genau sagen von der seite ein bisschen anders aus aber es muss das ja gewesen sein hier ist noch so ein keiler zwei na komm hier haben wir einen guter ja nicht beide auf einmal oh erfahrungen bei aggressiven wildschweinen ich will das hier nochmal überprüfen ne oder gibt es eine hülle ok da bin ich jedenfalls noch nicht gewesen ne ich werde nochmal speichern vorher ich glaube da bin ich noch nicht gewesen und doch warte mal es kann sein dass ich da doch gewesen bin stimmt ich glaube da war ich wirklich schon da kommen wir doch bei diesen hausten raus oder ja bei diesen häusern hier aber ist auch nicht schlimm wir müssen da eh in diese richtung ja genau das ist die andere seite oh noch ein wolf ein hungriger wolf die töntet man mit zwei schlägen ah warte mal vielleicht ist hier noch eine truhe eventuell die wir vorher noch nicht aufmachen konnten kann das eventuell sein war hier vielleicht noch irgendwas hier so das können wir eh nicht ich weiß ich glaube man kann bestimmt irgendwann auch diese kristalle denn hier raushauen oder hier gibt es nichts zu holen weil wir schon mal hier gewesen sind ich weiß trotzdem mal auf der karte nachschauen warte mal ist da noch eine ruine warte mal ich muss doch mal was überprüfen nirgendwo hier links nur rechts war das da ne hier links ist nichts ich weiß nicht was ich da hier links hier links war nix ne naja wir gehen da jetzt hier dürfte ja auch nichts mehr drin sein her Vielen Dank.